Ich habe zwei Wünsche für die ZHW. Viele motivierte Studierende, die wissen, dass lebenslanges Lernen der Schlüssel zum Erfolg ist. Und viele motivierte Dozierende, die Freude haben, ihren Studierenden Praxisnähe zu vermitteln und ihnen beibringen können, vernetzt zu denken und im Team zu arbeiten. Die ZHW ist fantastisch für die Stadt Winterthur. Sie ist das Zugpferd einer dynamischen Entwicklung in der Stadt. Sie ist der Kern unserer Bildungsstadt. Grosse Kompetenzen für die praxisorientierte Berufsbildung. Mit 9'000 Studierenden, mit 2'000 Mitarbeitenden, bringt sie sehr viel jugendlichen Schwung in unsere Stadt. Ich wünsche der ZHW, wie jemandem, der zehn Jahre alt wurde, nur das Beste. Wir wünschen weiterhin Kreativität, gute Ideen, viel Geduld auch in den langen, zum Teil langen Prozessen und eine gute Stimmung, die sie hier bei uns in der Stadt platzieren und weiterhin viel, viel Arbeits- und Studienplätze zur Verfügung stellt. Alles Gute! Im Namen des Wädischweiler Stadtrat gratuliere ich den ZHW ganz herzlich zum 10. Geburtstag. Wir sind sehr stolz, dass die ZHW bei uns in Wädischweiler am Zürichsee zu Hause ist. Sie ist der Leuchtturm unserer Bildungs- und Forschungsstadt. Wir haben die Freude an den Studenten, die unsere Stadt beleben. Wir arbeiten gut zusammen. Wir haben gemeinsame Projekte und helfen mit, dass die Infrastruktur stimmt. Für die Zukunft wünsche ich den ZHW die besten Studierenden, die besten Ideen, die besten Forschungsprojekte und irgendwann den Nobelpreis. Alles Gute! Mein Name ist Leandro Huber und ich bin Präsident vom VSZHW. In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es meiner Meinung nach wichtig, eine Konstante zu haben. Seit nur mehr 10 Jahren ist die ZHW für viele Studierende eine so eine Konstante. Das bedeutet aber auf keinen Fall Stillstand. Ganz im Gegenteil, die ZHW ist in einem steten Prozess der Verbesserung und die Studierenden werden in diesen Prozess mit einbezogen. Dafür wollen wir ganz herzlich Danke sagen. Der Verein Studierende ZHW wünscht der Hochschule auch für die nächsten 10 Jahre alles Gute und hofft, dass wir gemeinsam noch vieles verändern und verbessern können. Wir erleben die Zusammenarbeit mit der ZHW als sehr konstruktiv, sehr lösungsorientiert, kundenorientiert und angenehm und freuen uns auf diese weitere, angenehme Zusammenarbeit. Grüezi! Mein Name ist Pierre Apazzo. Ich bin der Präsident der Alumni ZHW. Der zweite Bildungswerk ist einer der Erfolgsfaktoren der Schweiz. ZHW ist die Krönung dazu. Alles Gute, liebe ZHW, und macht weiter so. Happy birthday, Zurich University of Applied Sciences. We at Wright State University in Dayton, Ohio, have been working with you for five of those ten years. Congratulations. We have enjoyed teaching the course Comparative Social Welfare Policy U.S. and Switzerland with students and faculty from both of the universities. Both Sarah and I have visited your beautiful country and we've enjoyed having students come here. We want to give special hellos to Uwe, Emanuela, and Hans-Peter. Happy birthday. Congratulations.